Du solltest dich nicht so über Kräuterkunde aufregen. Ja, aber wenn wir ihn geraten, dann kommt es gut. Ich hoffe, es ist ein Hauen, Willi. Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Incentive! Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkundekorridor sein. Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Vermutlich mag sie kein Licht. Mit nur einem Stück dieser riesigen Benemosa-Tentakula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Incentive! Lumos! Hast du schon etwas, um meinen, äh, Mut zu be- Zumindest eine Schuss! Das ist ein Wahnsinn. Zumindest habe ich mir nicht so über- Eine Schuss! Vermutlich! Eine Schuss! Untertitelung des ZDF, 2020